Ja, Kinas, was soll ich sagen? Die Umstände zwingen mich leider dazu, vorzeitig aus dem Ruhestand zurückzukommen. Ja, ich komme hier mit vorzeitig aus dem Ruhestand zurück, aber nur, weil es wichtig ist. Weil es wichtig ist. Denn ich muss mal wieder die Welt retten. So ist es halt. Headley rettet die Welt. Deswegen kommt jetzt doch ein Video mit meinem Gesicht und mit meiner Stimme. Aber es ist erstmal eine Ausnahme. Erstmal nur eine Ausnahme. Ne, ist eigentlich keine Ausnahme. Ich bin bald wieder da. Aber das muss jetzt einfach sein. Denn heute kam eine Info-E-Mail mal wieder über PayPal. Nämlich die Aktualisierung unserer AGBs. Aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung DSGVO wollen die hier, dass ihr euren PayPal-Account verifiziert. Irgendeinen Scheiß, keine Ahnung. Hier Verifizierung durchführen. Und erster, erster Stolperstein. Sehr geehrter Kunde. Ja, mein PayPal weiß sehr genau, wie ich heiße. Ja, also hier müsste dann schon mal euer Name stehen. Das ist schon mal Nummer 1. Dann zweitens hier. Verifizierung durchführen. Und jetzt guckt ihr bitte unten, da unten. Ne, da unten. Moment. Da guckt ihr jetzt hin. Da müsste PayPal.com stehen. Tut's aber nicht. Da steht eine Bit.leu-Adresse. Hier müsste PayPal.com stehen. Das ist der aller, aller sicherste, untrügerlichste, absolut wirksame Hinweis, dass es sich hierbei nicht um eine PayPal handelt. Ja, das kommt nicht von PayPal. Deswegen habe ich auch draufgeklickt. Ist ja klar, ich klicke immer drauf. Und kam dann zu dem hier. Nein, dazu, äh, hierzu. Dazu kam ich, so. Und jetzt die zweite untrügerliche, wirklich untrügerliche ist, Ähm, wenn ich mich jetzt hier einlogge und ich mache Fickt euch at ihr Wichser.com Und als Passwort gebe ich das Hättet ihr wohl gerne. So. Und jetzt wird so getan, als würden meine Eingaben geprüft werden. Und auf einmal bin ich drin. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja ein völlig, das ist ein totaler Quatsch. Ich will das jetzt auch nicht aus. Das hat mich einfach schon oft genug gemacht. Und, ähm, ich will das Video jetzt auch nicht zu lange machen. Sonst kriegen einige meiner Headly Nauten noch einen Orgasmus. Ähm, ja, klickt nicht drauf, ja. Das ist ein Schmarrn, ey. Ihr werdet nur verarscht. Danke und tschüss. Ein Orgasmus. Alter. Okay, ich bin bald wieder da. Noch neun Tage. In neun Tagen. Ja, ein bisschen mehr. Zehn, elf Tagen. Ciao.